Hallo und guten Tag, mein Name ist Bernd Lodeke. Ich helfe seit vielen Jahren Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen und aktiveren Lebensstil. Und dabei gibt es immer wieder Herausforderungen, gerade im Ernährungsalltag, die ihr vielleicht auch kennt. Kennt ihr das? Halb zehn in Deutschland, du bist auf der Arbeit, sitzt im Büro, dein Magen hängt leicht in den Knie gehen, weil du hast um sechs gefrühstückt und hast jetzt leichten Hunger. Oder aber du kommst irgendwann nach Hause, nach einem stressigen Tag und musst dann gleich weiter zum Fußballtraining, zum Workout ins Studio und hast eigentlich Hunger und weißt gar nicht, was kann ich jetzt tun. Glücklicherweise hat Herbalife für jede Herausforderung eine Lösung. Und bei mir hat eine Lösung, die ich euch jetzt näher bringen möchte, eingeschlagen wie eine Bombe. Pro 20 Silent. Das ist ein Shake, ein Proteinshake, aber für mich ist es weitaus mehr als nur ein Proteinshake. Für mich ist es ein All-in-One-Shake, weil neben 20 Gramm hochwertigstem Soja-Eiweiß-Isolat, besitzt dieser Shake auch noch sechs Gramm Ballaststoffe, die dafür verantwortlich sind, dass dein Verdauungstrakt auch wirklich gut funktioniert. Neben diesen Ballaststoffen 25 verschiedene Vitamine und Mineralien, die auch wichtig sind für den Stoffwechsel, dass alles gut verstoffwechselt wird. Das Eiweiß, noch mal kurz darauf angesprochen, warum ist denn das so wichtig? Es vertreibt nicht nur deinen Hunger zwischendurch, es ist auch wichtig zum Erhalt deiner Magermasse. Wenn du eh schon ein vielleicht sportlich aktiver, ein aktiver Mensch bist, der mehrmals in der Woche trainieren geht, sportlichen Aktivitäten nachgeht, brauchen deine Muskeln immer Eiweiß. Und nach einem Workout ist es besonders wertvoll, wenn du jetzt vielleicht nicht so der Leistungssportler bist, aber vielleicht so ein fünf, sechs, sieben Minuten Workout gemacht hast zwischendurch, empfehle ich immer den Pro 20 Select, weil er geht gleich in die Muskeln rein. Er sorgt dafür, dass du Muskeln auf- und nicht abbaust. Er ist besonders wertvoll für unterwegs, wenn es schnell gehen muss, weil den kannst du mit Wasser zubereiten, okay? Er ist zuckerarm, frei von Gluten, frei von Laktose und hat auch keine künstlichen Süßungsmittel, keine künstlichen Aromen. Da viele Menschen achten heutzutage darauf. Und Hörber Life, ich bin so glücklich, dass Hörber Life so hoch dekorierte Wissenschaftler hat, die sich dieser ganzen Thematik angenommen haben und da etwas kreiert haben, wo ich wirklich schon nicht nur für mich, auch für andere so viele Ergebnisse kreiert habe. Und das wünsche ich auch dir. Wenn du ihn noch nicht kennst, probiere ihn aus. Frage deinen persönlichen Coach nach Pro 20 Select. In diesem Sinne wünsche ich euch nicht nur guten Appetit. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ciao, ciao!